Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Silvia Stiesel. Sie arbeitet als Coach und Speakerin und mit ihr sprechen wir über den Zusammenhang zwischen Erfolg und Glück. Frau Stiesel, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind und dass Sie uns heute über Ihre Profession, über Ihre Leidenschaft austauschen können. Denn Sie arbeiten als Coach und auch als Speakerin zu den Themen Selbstliebe, Glück und Erfolg. Wie sind Sie auf diese Themen gekommen? Erstmal von mir herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe eigentlich nach meiner Schule, nach meiner Ausbildung erst mal Betriebswirtschaft studiert und war schon mit 18 Mutter und Ehefrau. Und wir haben dann ein Haus gebaut. Und ich habe dann eine sehr schwierige Zeit gehabt, weil mein Mann alkoholabhängig wurde. Und es war sehr herausfordernd, weil auch Depressionen dazukamen. Und anfänglich die ersten Selbstmorddrohungen, ich immer rechtzeitig da war. Und einen, da kam ich dann zu spät. Und da habe ich natürlich ganz viel starke Schuldgefühle gehabt. Auch gerade meinem Sohn gegenüber, der war zehn Jahre alt. Und um das nicht zu fühlen, habe ich gearbeitet. Ich habe Druck gemacht, Stress. Ja, und ich schien auch sehr erfolgreich zu sein. Aber irgendwie war ich nie erfüllt. Irgendwas fehlte und ich trieb mich immer weiter an. Und als dann mein Sohn erwachsen war, sage ich mal, dachte ich dann, ich fange nochmal ganz neu an. Verkaufte das Haus, wollte nochmal ganz neu auch studieren. Bin nach Dresden gezogen. Also habe vorher in einer Kleinstadt gewohnt. Und dann dachte ich, es wird besser, weil ich ja jetzt eine eigene Wohnung und das erste Mal mein eigener Chef und so. Aber es wurde nicht besser, ganz im Gegenteil. Ich wurde depressiv, bekam Tinnitus. Und ja, ich lernte dann einen Mann kennen, dem es ähnlich gegangen ist und der ein Persönlichkeitstraining machte in spiritueller Tiefenpsychologie. Und das habe ich mir angehört und dachte ich aber erst mal, nein, brauche ich nicht, ist nichts für mich. Und habe dann erst mal eine Ausbildung gemacht zum psychologischen Berater, weil ich überhaupt erst mal wissen wollte, was Burnout, Depression, was das überhaupt ist. Weil ich war immer ziemlich so eine taffe Frau, wenn man das so kennt. Ja, als ich dann am Ende der Ausbildung war, kriegte ich wie so eine Eingebung und dachte doch, jetzt mache ich das mal. Dieses Persönlichkeitstraining in spiritueller Tiefenpsychologie. Und das war so der Beginn meiner Selbstheilung durch Selbstliebe. Und dann war es wie so ein roter Faden, der sich so durchzog und der mich immer zu einem Seminar, zum anderen zog. Ich dachte immer, wozu machst du das eigentlich? Bis ich dann bemerkte, dass ich selber diese Fähigkeiten habe, als Coach zu arbeiten. Und es sind noch ganz viele Gaben wieder zu mir gekommen, die ich schon als Kind kannte und die mir jetzt, ja, die jetzt sehr hilfreich sind. Sie haben ein unglaublich bewegtes Leben hinter sich und Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich, ja, in die Karriere, in den Beruf hineingestürzt. Und Sie beraten auch viele Menschen in diesem Bereich. Jetzt ist es oftmals so, wenn ich beruflich sehr aktiv bin, Karriere anstrebe, nimmt es mehr Raum ein, als ich es vielleicht möchte und hoffe ich auch zu Lasten des Privatlebens. Was macht es denn mit Menschen, wenn Beruf und Privates nicht so wirklich miteinander kompatibel sind? Sie frustrieren. Also über kurz oder lang kommt es zu Frust, Unzufriedenheit, Ärger, weil wir das immer irgendwie zu trennen versuchen. Ich habe das auch auf Arbeit immer gehört, Job ist Job, Privat ist Privat. Und ja, wir brauchen beides, wir brauchen das glücklich sein und wir brauchen das erfolgreich sein. Das gehört zusammen. Und wenn eines von beiden nicht passt, wenn wir eines opfern, sozusagen, dann kommen wir auch in die Aufopferung und das frustriert uns. Würden Sie sagen, ist es grundsätzlich ein Zusammenhang da zwischen der Frustration, wenn ich versuche, private Karriere anzutreiben, Entschuldigung, berufliche Karriere anzutreiben und trotzdem ein Privatleben in den Griff zu bekommen und beides irgendwie miteinander zu verbinden? Ist da immer ein Konfliktpotenzial da? Nicht immer. Es ist nicht immer ein Konfliktpotenzial da. Aber unser Streben nach Anerkennung, nach Erfolg, unser Streben danach, in dieser konsumbasierten Welt so viel zu haben, das verführt uns oft dazu, erst mal unseren Erfolg in den Vordergrund zu stellen, anstatt die Beziehungen. Und die Beziehungen, die zwischenmenschlichen Beziehungen bleiben auf der Strecke. Weil wir haben ja Beziehungen, nicht jetzt unbedingt der Partner, aber wir haben Beziehungen zu unseren Eltern, wir haben Beziehungen vielleicht schon dann zu Kindern, so wie es bei mir war, und dann auch zu den Kollegen. Und die bleiben auf der Strecke, weil wir so sehr uns vergleichen. Und dieses Vergleichen durch das Streben nach Anerkennung, besser werden, höher, schneller, weiter. Und dieses Vergleichen ist Gleichmacherei und Gleichmacherei ist einfach anstrengend, weil unsere Einzigartigkeit verloren geht dabei. Das heißt, Sie würden schon sagen, dass andere Lebensbereiche schon temporär darunter leiden, wenn ich mich nur auf den beruflichen Erfolg, auf die berufliche Weiterentwicklung konzentriere. Ja, auf jeden Fall. Sie beschäftigen sich seit mehr als zehn Jahren intensiv mit Glück und auch mit Erfolg. Und wir wollen jetzt so ein bisschen darüber sprechen, in welchem Zusammenhang denn diese beiden Komponenten stehen. Sind denn Glück und Erfolg Gegensätze oder bedingt eines das andere? eines bedingt das andere? Wie ich schon mal sagte, wir können nicht ohne dem anderen sein. Wenn wir glücklich sind oder glücklich sind wir, wenn wir uns auch erfolgreich fühlen. Und erfolgreich sind wir, wenn wir uns auch glücklich fühlen. Und das Ausmaß, und das ist auch spannend, das habe ich erforscht sozusagen, das Ausmaß ist immer gleich. Das Ausmaß von Glück und Erfolg ist immer gleich. Und das ist total spannend. Ich habe da einem Teilnehmer mal eine Frage gestellt, der beruflich sehr erfolgreich war oder ist und privat sich gar nicht so fühlte. Und da habe ich ihn mal gefragt, beruflich, wie erfolgreich fühlst du dich? Und er sagt, naja, sieben bis acht. Ich sage, und privat, wie glücklich fühlst du dich? Naja, so eine Zwei. Und da sage ich, ja. Und dein beruflicher Erfolg ist auch nur eine Zwei. Für andere könnte das eine Sieben sein, aber für dich ist das eine Zwei. Ich stelle dir vor, was für ein Potenzial da wäre. Und das ist eben auch etwas, was passiert, wenn wir beides trennen, dass wir uns in unserem Potenzial einschränken. Okay. Glück und Erfolg werden so häufig als extreme Gegensätze gesehen. Warum ist das so? Durch die Trennung. Job ist Job, Privat ist Privat. Privat gebe ich nicht in den Beruf, beruflich ist nicht ins Private. Und dort, wo Trennung ist, ist es immer eine Bewusstseinsspaltung. Und was es braucht, ist, dass wir es integrieren, dass wir es zusammenbringen. Wir leben und während wir leben, sollten wir glücklich und erfolgreich arbeiten und ja, also leben. In Ihrer Arbeit lösen Sie ja genau solche Glaubenssätze auf. Was macht es denn mit Trainingsteilnehmerinnen, wenn Blockaden auf einmal durch die Arbeit im Coaching erkannt werden und wenn man selbst aktiv daran arbeitet? Also, das, was ja am meisten passiert ist, wenn wir dann mit unseren, in Beziehungen sind, dass wir angetrickert werden. Kennen Sie vielleicht Triggerpunkte? Und diese Triggerpunkte basieren auf schmerzhaften Erfahrungen. Und solche schmerzhaften Erfahrungen sind dann die Glaubenssätze, von denen Sie gerade sprachen, wie ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht. Sehr oft liegt darunter das ungewollte Kind. Und das ist auch so was, wenn wir es, wenn es uns gelingt, dass wir glücklich sind in den Beziehungen, dann ist meistens die Beziehung zur Mutter gut. Während wenn wir nicht so glücklich sind in der Beziehung, da gibt es dort Stress mit der Mutter und wenn es um den beruflichen Bereich geht, dann ist es meistens der Vater, der drunter liegt. Meistens. Was ich mache ist, dass ich diese Triggerpunkte auflöse. Und die Triggerpunkte, wir agieren ja meistens verärgert, genervt, gestresst, lass mich in Ruhe. Oder wir verlangen sogar von dem anderen, dass er mit bestimmten Dingen aufhört. Ich habe dir doch erzählt von mir und schon hundertmal gesagt, dass du das nicht machen sollst. Aber der Triggerpunkt, das ist ein Schmerz und Schmerz hat Anziehung, Anziehungskraft. Und die Schmerz von Anziehungskraft ist deshalb da, weil die Dynamik von Schmerzheilung ist. Also der Trigger inszeniert sozusagen eine schmerzhafte Erfahrung, der wird angetriggert und der Sinn ist, dass der Trigger geheilt wird. Und das ist das, was ich mache. Ich löse die Triggerpunkte auf, aber nicht von oben. Also ich sage immer, Selbstliebe beginnt hier, im Geist, aber die Heilung ist im Herzen, auf der Erfahrungsebene, weil wir sehr erfahren haben, weil wir sehr erfahren haben, dass wir nicht gut genug sind. Es hat sich ja so angefühlt. Es ist ja nicht nur so, dass es mir jemand gesagt hat. Und dort gehe ich wieder hin und ich löse diesen Triggerpunkt in der Tiefe sozusagen, an der Wurzel. Und was das macht, ist, dass wir freier werden. Wir haben ja nicht mehr so viele Triggerpunkte. Das heißt, wir gehen entspannter durch die Welt. Wir gehen gelassener durch die Welt. Wir gehen lächelnder durch die Welt. Wir gehen strahlender, freudiger durch die Welt. Und wir gehen natürlich ganz anders auf die anderen ein. Und wir sehen sie ganz anders. Wir sehen sie ja immer durch unsere Vorstellungen hindurch, die von den Triggerpunkten getrübt sind. Und wenn die nicht mehr da sind, dann sehen wir einfach die Hilferufe von den anderen. Und das ist ein ganz anderes Leben. Und dadurch werden wir eben auch mehr wir selbst. Wir erfahren etwas über uns. Ich habe ganz viel auf meinem Weg erfahren. Sehr schöne, positive Gedanken. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich, dass Sie bei uns waren, beim Business Talk am Kodamm. Und ich hoffe, dass Sie vielleicht so ein bisschen Anregungen, Inspirationen an unsere Zuschauerinnen geben konnten, sich mit dem Thema etwas intensiver zu beschäftigen. Dankeschön, Frau Stiesel. Danke Ihnen. Danke Ihnen.